Erlebe die TechLight, die digitale Messe von Güring. Fräsen im Grenzbereich. So lautet unser diesjähriges Motto, dass deine Fertigung auf ein ganz neues Level heben wird. Dich erwarten neben einem brandneuen Produkt auch hilfreiche Tipps für schwierige Fräsbearbeitungen und topmoderne Services im digitalen Bereich. In unserem Online-Event, dem TechTalk, diskutieren unsere Experten rund um das Thema Fräsen im Grenzbereich. Denn beim Fräsen geht es um mehr als das Werkzeug. Jetzt dabei sein und profitieren!